Warte, du spielst auf Schwarz-Weiß? Hm, Schwarz-Weiß? Das ist bestimmt nicht so schnell gesättigt wie deiner... ...der Moni-Monitor... Nee, ich hab, äh, Handicap drin. Mach mal! Avengers ist ein Anime! Sag mal, ein schnelles Ziel, weil ich halt eine schnell nicht fahre. Was? Hörst du hier? Komm mir nach! Komm mir nach! Also du kannst da vorne, äh, rechts in den Lüftungsschacht reingehen, musst aber aufpassen, weil die sind nämlich da rechts. Okay. Musst aber aufpassen, weil die nämlich da ziemlich viel Minil hinlegen wahrscheinlich und einer spawnt dort, ne? Such deinen da aus, die beiden zum sehen. Ach so, da bin jetzt... Ja, Cäsar. Soll schauen, ob der, ob da ist. Aber du hast die Sticky-Carm nicht mehr. Na, wann hergeschlagen? Ja, ja, das ist wohl nicht besser. Super. Bei mir selber war keiner. Bei mir ist einer. Ja, dann wird ja wahrscheinlich zwei sein. Ah, da liegt nämlich die ganz schlecht platziert. Die kannst du ja so mit dem Pile-Sender. Die Stücken, ja. Wenn du sicher kriegst, äh, da ist sicher eine Position raus. Okay, eins. Habe ich. Ach geil. War zu langsam. Weiß'n der... Oh, beide bei mir. Okay. Einer kommt nach Cäsar. Ja. Ich bin gleich tot. Ich brauche ein Wenigkeit. Wo gibt's denn eins? Was ist draußen eins? Also ich geh mal nochmal mit Cäsar. Okay? Seid ihr mich? Ja. Äh... Ja. Ich glaube ich komme auch Cäsar. Aber ich geh unten lang. Okay. Einer müsste dann bleiben bleiben, wobei Pirates in den... ...gegenländer ist. Okay, genau. Okay, genau. Einen könnte ich mich auch mal, ne. Ich kann den auch herlocken. Kommst du? Achso. Kann ich auch machen. Wenn du willst. Äh... Deiner würde gern bestücken. Weil dann ist... Wie hält denn die Bestückung dann? Bestückung? Achso. Einer hat die Noten. Oh! Hinter mir ist einer hier. Dann... Ah! Weg! Dann komm mal durch. Ja, da ist er hinter mir her. Okay. Du siehst du wahrscheinlich rumleuchten, oder? Ja, einholen, bestückt. Ich bin auch gerade auf das Blut gefahren. Ich krieg's. Ja, okay. Renn weg und ich mache das Ziel. Will ich deinen Oralmas lösen? Ah! Jetzt habe ich ihn umgeschlungen. Ja, ja. Ich hoffe, dass er dich nicht sieht. Ja, er sieht wieder echt nicht. Okay, der kommt. Dann schaffe ich's. Ah! Aber dafür bin ich geschocken. Egal. Jetzt sind die... Jetzt sind die Türen offen. Also... Wir können einfach weg. Ähm, da... Wenn du da links jetzt reingehst. Wo, hier? Da... Da ist eine Tür davor. Davon nicht? Da ist ein Verbandskasten da. Ich könnte einfach runterhüpfen und dich haben. Wo ist denn da? Wo ist er denn? Das Ding, was er berücksichtigt? Das Ding, was er hell ist. Das ist egal. Jetzt musst du da anders langsam wieder einbauen. Hey, da ist es so. Hey, er steht von der Tür. Er kommt vielleicht rein. Ja, jetzt hinein. Da ist ein... zum Ermittlungsschacht. Ne, ich hab ihn nicht... nicht angegeist. Ah, okay. Er hat sich selbst im Glück gehabt, bevor ich auf ihn zusammenhüpfen konnte. Ich geh mal innen rein. Kann ein bisschen rummessen hier. Der zweite kommt oder aus? Der zweite kommt oder aus? Ja, ich bin komplett woanders. Der hat seine Festplatte. Wir haben den zweiten auch bestückt. Ne, der erste ist sowieso nicht mehr bestückt. Aua. Der hat mich aber auch bestückt. Aber anders. Der hat es mir besser bestückt. Äh, ist jetzt Cäsar eigentlich nicht aktiv? Äh, ne, das hab ich gerade gemacht. Cäsar hast du gemacht. Ja. Ja. Ups. Wie geht's denn denn? Wie sieht's denn hier? Also wenn man die Minenschlüsse schlecht hinlegt. Das ist ja schrecklich. Ja. Schau mal, wo ist denn hier noch rum? Also hier ist so ein lustiger Spy-Tracker. Weg ist er. Oh, da kommt einer. Hm, 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 hm. Wie wir so ein Ding abliefern halt. So. Ich meine, wann das hinter jemander ist? Oder vielleicht sogar... ...über ihm? Der werde mich gesehen. ...klar. Okay, ich... ...geh jetzt doch ans andere jetzt hier. Hey, da weg die Mine, die nehm ich doch mit. Ach, scheiße, das ist ja mein immer noch, dass ich da bin. Da vorne bin. Der da haben sie erst. Au! Da war die Mine. Die. Kann ich das Zeug auch abliefern? Das, was... In der Mitte beim Verbandskasten liegt jetzt noch eine Testplatte. Ja, die kannst du aufheben. Wenn das nicht... ...aufgekommen hat. Das ist wahrscheinlich schon passiert. Dann solltest du die andere Testplatte holen. Wahnsinn. Ey. Dann nehmen wir weiter. Ja. Ja. Kommst du raus? Ja. Ja. Was? Wie wächst du? Boah. Ey, du kannst die Erbe haben. Lass doch mal. Okay. So. Jetzt... ...will ich gleich, komm mal raus. Gute. Dann legen wir hier eine Mine. Eine Bombe. Ah. Super. Geh in die Mitte. Geh in die Mitte. Oh, in die Mitte. Raus. Da, nehmt's rein. Da, nehmt's rein. Also davon nehmt's rein. Aber nicht, da wurde aber ganz krass. Ich bin tot. Jetzt geht er wieder zurück. Was? Sie haben gewonnen. Ne. Haben sie es doch nicht mehr geschafft, die Bombe zu finden. Das war richtig? Ja. Ja. Einer hat mit dir gespült und der andere... ...die ist einfach von einer falschen Seite gekommen. Und... Guck mal, was klappt hat. Ja. 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 Nein, was ja. Äh, Gasmaske gegen einen Atemier... ...und so was. Kämme das mir hier eigentlich zu? Na? Kämme das mir hier eigentlich zu? Ja, jetzt halt nicht so. Ich weiß es wieder. Puh. Hh. Hhh. Hhh. Vielen Dank.